Das ist jetzt die Terrasse hier. Wir machen schon ein Dach. Sieht cool aus, ne? Kleiner Tommi. Schön eine große Terrasse. Und da ist er hier mit der nie arbeitet. Der, der nie arbeitet. Und da sind noch mehr Wege. Und jetzt gehen wir zu der Süd. Da hat er da gerade geredet. Hier sind deine zweiten Treppen. Jetzt gehen wir da in den Haus rum. Da hast du deinen Ausgang. Da hinten haben wir gewohnt. Hier ist noch mehr Holz im Dach. Das ist mein Zimmer. Ich hoffe, du träumst. Jetzt kommen wir in unserem Haustell rein. Guck, und das ist Jordan für den Zimmer. Die Wege sind schon drauf. Die Balken. Sieht ganz schön cool aus. Ne, Kleiner Tommi. Guck. Sieht ja ganz schön geil aus. Jordan, guck mal, das ist dein Zimmer, Jordan. Das ist dein Zimmer. Und wer hat denn ein großes Zimmer? Andrea und Tom brauchen ja kein Zimmer. Das wird ja ein illerster Zimmer sein. Ich bin von ihrem Freund. Ich bin gespannt. Hier fangen wir dann erst an. Mit die Wege. Guck, hier sind schon mehr Hängenperren. Hier ist nicht nur so viel zu gucken. Also raus hier. Raus, raus, raus. Da haben die auch noch nichts gemacht. Das ist jetzt ein Badezimmer. Badezimmer, Toilettenzimmer. Haben sie hier noch nichts gemacht. Das sind noch die Balken, was draufkommt. Fenster, Wand und so, nicht? Tschüss. Tschüss.